Hallo zusammen und willkommen zu UEFA Euro 2024. Ja, jetzt sind da heute nur noch ein paar Stunden und dann geht's auch schon los mit dem ersten Spiel der Deutschen. Und ich hab mal im Internet gesucht und hab etwas Interessantes gefunden und zwar diese schöne Excel, oder dieses schöne Excel-Template, was genau die UEFA Euro, das heißt alle Spiele hier, alle Mannschaften entsprechend mit abbildet und auch hier einen Gruppenplan hat, wo man dann entsprechend auch die Achtelfinale, Viertelfinale und so weiter hier komplett tracken kann, wenn man das möchte. Und ihr seht, das ist hier auf Englisch und man kann das auch finden, ich kann das auch in die Kommentare reinschreiben, also unter das Video entsprechend, das ist hier unter xli.com, da kann man das runterladen und zwar kostenlos und wenn ihr das nicht in Englisch haben wollt, gibt's natürlich auch die Möglichkeit, das umzustellen. Das ist wirklich cool hier bei diesem Template, weil man muss nur in die Settings reingehen hier vorne und kann dann hier beliebige Sprachen auswählen. Also auch so schön mitgedacht, dass man hier auch eine andere Sprache auswählen kann und zwar auch zum Beispiel natürlich German, also Deutsch, das heißt, wenn wir das hier auswählen, dann finden wir jetzt hier auch die deutschen Namen entsprechend und auch den UEFA Rang hier übrigens, der Deutschen, aktuell Platz 4 hier. Und wenn wir dann mal auf UEFA Euro 2024 zurückgehen, also auf unser Template, dann haben wir hier das Ganze auch in Deutsch dargestellt. Also ihr seht hier entsprechend, jetzt haben wir hier die deutschen Namen entsprechend aufgeführt und auch die Städte hier sind jetzt in Deutsch. Also hier steht immer noch Friday, Saturday und so weiter, das ist jetzt nicht übersetzt, aber alles andere, wie wir sehen können, ist es. Also wir haben hier Gruppe A, wir haben hier Deutschland entsprechend und Schottland, heute ist ja das Spiel und dann halt auch die anderen Gruppengegner und dasselbe eben auch für die anderen Gruppen hier abgewählt. Und wenn wir jetzt hier ein Ergebnis eintragen und wovon gehen wir aus? Naja, wir sagen einfach mal, die Deutschen gewinnen souverän 3 zu 0. Also das ist jetzt mal meine Schätzung hier entsprechend. Und wir sehen dann, wird das auch natürlich hier übertragen. Und wir sehen dann hier schon, Deutschland ein Spiel, ein Sieg und entsprechend auch die ersten 3 Punkte. Ja, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr vielleicht auch die einen oder anderen Tipp? Wie geht das Spiel heute Abend aus? Und findet ihr das Template gut? Also dann ladet es euch runter gerne und trackt das Ganze und dann sehen wir, wer am Ende auf dem Treppchen steht. Ja, wie immer, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn das der Fall war, gebt mir doch einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Vielen Dank dafür und dann viel Spaß heute beim Spiel und bis zum nächsten Video.